Herr Beckmann, viele Experten bescheinigen dem dreigliedrigen Schulsystem, es ist ungerecht, es bevorzugt die Stärkeren. Was sagt der VBE dazu und was sagen Sie dazu? Also wir haben ja festgestellt, auch bereits durch die PISA-Studie, dass wir ja in Deutschland eine Disparität haben zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen. Es wird zwar nicht nachgewiesen, dass dies allein am gegliederten System liegt, aber ich denke, es ist ein entscheidender Punkt mit. Und deswegen, glaube ich, ist es erforderlich, dass wir Kinder nicht so früh auf verschiedene Schulformen verteilen. Jetzt haben wir Beispiele wie Finnland oder andere Länder, die das längere gemeinsame Lernen schon betreiben und das mit sehr viel Erfolg. Wie ist das auf Deutschland zu übertragen oder auf NRW? Wir haben natürlich ganz andere Traditionen. In Deutschland, gerade auch in NRW, haben wir seit jeher das gegliederte Schulsystem. Auch die Gesamtschule hat dies ja nicht aufgehoben, sondern ist ja als weitere Schulform neben das bestehende gegliederte System gesetzt worden. Von daher, denke ich, brauchen wir eine Umorganisation des Schulsystems in der Sekundarstufe 1. Es wird schwer vermittelbar sein, die Grundschulzeit in der Grundschule auf sechs Jahre zu verlängern, weil dies erhebliche Umbaumaßnahmen für die Kommunen bedeuten würde. Also muss man etwas finden, was nicht zu zusätzlichen Belastungen der Kommunen führt, aber trotzdem das längere gemeinsame Lernen ermöglicht. Wenn man das jetzt alles hinkriegen würde, gibt es ja dennoch sehr viele konservative und vor allen Dingen konservative Strömungen, die befürchten, dass es eine Leistungserosion geben könnte, gerade für leistungsstarke Schüler, dass die zurückgelassen werden. Sehen Sie das genauso? Also für diese Behauptungen gibt es keinerlei Nachweise und auch keinerlei Begründungen. Ich denke, wenn auf der einen Seite, ob bei dieser Landesregierung im Schulgesetz steht, dass jedes Kind ein Recht auf individuelle Förderung hat, dann kann das eigentlich gar nicht sein, dass irgendwo Nachteile entstehen. Wir müssen wohl dafür sorgen, dass wir Klassen- und Lerngruppengrößen haben, die individuelle Förderung ermöglichen, damit jedes Kind zu seinem Recht kommt. Und wenn wir auf der anderen Seite gleichzeitig das Thema Inklusion diskutieren und sagen, dass behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden können und keiner darf benachteiligt werden aufgrund seiner besonderen Gegebenheiten, dann sehe ich auch überhaupt keinen Grund mehr, warum wir Kinder im Alter von acht bis neun Jahren auf verschiedene Schulformen verteilen sollten. Wie können wir das denn hinkriegen, Ihrer Meinung nach, dass wir alle ins Boot kriegen? Lehrer, Schüler, Eltern? Also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass man den Elternwillen sehr ernst nimmt. Der zweite Punkt ist, dass man den Kommunen mehr Gestaltungsfreiheit gibt, was die Organisation der Schule vor Ort anbelangt. Einen rechtlichen Rahmen schafft, aber keine Detailregulierung macht, sondern es den Schulen überlässt, gemeinsam mit den Eltern, gemeinsam mit den Lehrern ein Konzept für die Schule vor Ort zu entwickeln. Und die Kommunen möchten natürlich ein möglichst wohnortnahes, vollständiges Schulangebot haben. Das zeigen ganz viele Gemeinden im ländlichen Raum. Dass das nicht immer geht, dass jede einzelne Kommune ihre Schule vor Ort hat, sondern dass man, wie zum Beispiel die beiden Gemeinden Horstmann und Schöpping gezeigt haben, dass man dazu auch Zweckverbände bilden muss, denke ich, ist ein guter Weg. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir mehr Gestaltungsfreiheit geben, um den Kommunen die Möglichkeit zu geben, die Schulen zu schaffen, weil Schule ist ein wesentlicher sozialer, kultureller und ökonomischer Standortfaktor. Ja, gerade im ländlichen Raum, da schreien natürlich viele Kommunen nach Gesamtschulen. Wenn man jetzt in Alftar zum Beispiel guckt, wohin steuern wir, wenn wir das nicht machen? Wenn wir das für die Landesregierung machen und den Bau von neuen Gesamtschulen oder von Schulen, die das längere gemeinsame Lernen ermöglichen, aufhalten? Also ich würde es nicht nur auf die Gesamtschule fokussieren, sondern ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen auf die Jahrgänge 5 bis 10 müssen wir uns genau angucken, dass wir Sekundarstufen 1 Schulen vor Ort anbieten, die gemeinsames Lernen ermöglichen. Und wir sollten diesen Schulen in der inneren pädagogischen Gestaltung viel Freiheit geben und gar nicht festlegen, ihr müsst bis Klasse 8 oder bis Klasse 9 integriert arbeiten, sondern sagen, 5 und 6 ist zwingend gemeinsames Lernen. Und danach habt ihr Gestaltungsmöglichkeit, wie lange ihr noch integriert arbeitet, ob ihr schon eher anfangt, Profile zu schaffen, Profilgänge zu schaffen. Ich glaube, wenn man Eigenverantwortlichkeit ernst nimmt und das den Lehrern gemeinsam mit der Kommune und mit den Eltern vor Ort überlässt, dann kriegen wir ein gutes System hin, was auf eine hohe Akzeptanz stößt. Wie sieht denn Ihre Vision von einer Schule in 10 Jahren aus? Meine Vision sieht so aus, dass alle Kinder aus einer Grundschule gemeinsam in eine weiterführende Schule gehen, wie immer sie auch heißt. Meine Organisation der Verband Bildung und Erziehung hat analog zur Gemeinschaftsschule das Modell der Allgemeinsekundarschule geschaffen, so wie es in Schleswig-Holstein ist. Und dass Eltern, Kommunen und Lehrer gemeinsam das pädagogische Konzept, das innere pädagogische Konzept dieser Schule gestalten. Ja, dann vielen Dank, Herr Beckmann und viel Spaß noch auf unserem Parteitag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.